Also das ist schön und ich aus dem katholischen Oberland freue mich immer, wenn ich ja so diese Kernstädte aus dem evangelischen Württemberg richtig kennenlerne, mit den Hintergründen der Geschichte, die ich da nicht immer so gut kannte. Und das ist aber schon ein großer Unterschied. Ja, wir haben ja einen Oberschwaben mit diesen vielen Flecken, die es da bis zur Mediatisierung, Sekularisation gab, kein wirklich staatliches Bewusstsein entwickelt. Hier sind natürlich schon Ansätze vorhanden und wenn man an die Regierung kommt, braucht man das schon auch. Insofern war das eine tolle Führung. Und ja, ich denke, so ein Land, in so einem Land zu arbeiten politisch und es vielleicht sogar regieren, das ist eine große Aufgabe. Um das alte und mit dem modernen Land zu verbinden, haben Sie ja auch sehr schön gesagt, die wichtigen Firmen, die es hier gibt, ja, das ist schon etwas, das sehr reizvoll ist und ein Geflügel und denkt, ja, das wäre eine gute Sache. Vielen Dank. Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft und Gottes Segen, wie man soll. Danke. Und Unbau. Gut.